Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Galerie gibt es seit 1983, also schon von den Jahren her kenne ich schon einige Leute. Den Stress, also die muss eine starke Arbeit sein, die für sich auch steht und die auch existieren kann ohne Hilfe. Das ist so eine Arbeit. Und deswegen musste man durchgucken, ob es eine Sammlung gibt, die auch so eine starke Arbeit überhaupt verkraftet. Und es sieht ganz so aus, als ob wir jemanden gefunden haben. Und es sieht gut aus.